Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute schwimmen wir 6 Uhr morgens im Abfalleimer. Und wir starten ein neues Spiel. Und es gibt sogar einen Endlos-Modus. Aber ich spiele natürlich den Story-Modus. Okay und wir spielen jetzt Adios. Mit Ziel können wir uns ducken. Ja okay, dann gehen wir mal rein. Das ist das Büro. Das ist Plankton. Ja, das ist Plankton. Okay, wir müssen den Abfalleimer verlassen. Ähm. Stell in die Küche. Find a way to turn off the alarm. Wir müssen den Alarm ausschalten. Man sollte mal das Klo durchsuchen. Ja, you found nothing, habe ich mir gedacht. Weil, was soll man im Klo finden? Key inside maybe. Vielleicht ist hier ein Schlüssel drin. Aber ich denke eher nicht. You found the silver key. Ah, doch. Door Control. Pressing Buttons. Pressing Buttons. Wir müssen, also hier. You need to deactivate this barricade so I can enter this room. Und wie machen wir das? Keep out. Wir sind draußen bleiben. Ist das wahrscheinlich Blut? Storage one, storage two. Storage two. Solar. Okay. Okay. Processing room. ok hier sind wieder barrikaden hier ist der schlüssel also hier haben wir gebraucht you unlock you unlock the processing room door breaker ok hier ist noch der alarm was war das jetzt gerade aber wo ist jetzt der processing room das habe ich jetzt halt leider vergessen hier sind noch immer die barrikaden hier ist der processing room the basement kann man das durchsuchen the door to the to the house konnte ich nicht lesen the basement the basement ah hier ist der spongebob was ist jetzt los find the power box and turn the power back on the power box and turn the power back on the to escape und wie sollen wir das jetzt wieder anschalten door control ja das wird uns nicht weiterhelfen hier vielleicht ne vielleicht auf der anderen seite turning on power ja activated breaker one of two find the last one okay ja okay oder vielleicht im büro ne hier ist nichts doch hier waren wir schon drin oder ich weiß es gar nicht ja doch aber ich habe wieder ein problem nämlich dass ich den zweiten breaker nicht finde ja hier ist der erste was ist das überhaupt ist das überhaupt nicht ja hier ist es ja hier ist es ja hier ist es ja hier ist es Front Door and Escape. Okay. Oh Gott. Was? Jetzt müssen wir das Video anschalten. Nicht hier nicht. Ich glaube das war hier. Nee. Man, irgendwie ist es schon ein bisschen verwirrend. Hier waren wir schon. Ah, hier war das. Was? Hä? Warum denn schon wieder? Also ich denke, das ist jetzt der schwierige Teil. Erstmal hier rein und jetzt das Anschalten. Und jetzt noch den zweiten. Wenn ich doch wüsste, wo der ist, dann wäre es auch ein bisschen einfacher. Ich denke, der war hier irgendwo. Ja, hier. Oh Gott, nein. Hä? Hey, wie soll ich da überhaupt denn kommen? Nein. Hä? Also ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll, weil... Komm, jetzt noch mal. Wo bist du mal hinter mir? Alter, was? Verstehe ich es nicht. Ja, find the power box and turn the power back on to escape. Soll ich lieber das Licht ausschalten? Soll ich lieber das Licht ausschalten? Nein. Ich kann mich mal nicht machen. Okay. Bo pine, bitte. Mal nicht. okay der erste ist aktiviert wo ist noch mal der zweite hier nicht ist die küche es ist wieder weg bitte jetzt will ich entkommen ja exit find a way out of there find a way out of here also ich verlese mich immer alter was ist das oh man was war das denn für ein teil komm nächster versuch jetzt will ich es schaffen hier raus ich weiß nicht wo ich hin muss hilfe bitte ja da ist der exit oder hier jetzt hier raus nein ist wieder hier hier und jetzt nach links nein exit komm jetzt ja jetzt sind wir draußen you escaped jetzt hat auf jeden fall wieder spaß gemacht und ja ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017